Der FC Bayern hat wieder einen Innenverteidiger mehr. Kein Kumpel Eric Dyer kommt leihweise von den Tottenham Hotspurs bis zum Sommer 2024. Es ist ein Traum, der wahr wird. Ein riesiger Club mit einer unglaublichen Geschichte, national und international. Ein Club, von dem man als Kind träumt, mal dort zu spielen. Ich spiele unterschiedliche Positionen, bin sehr flexibel. Ich bin ein Tippspieler, der nur sein Bestes fürs Team geben will. Egal in welcher Rolle die benötigt ist, damit das Team Erfolg hat. Das ist das Wichtigste. Bei den Bayern erhält Dyer die Trikotnummer 15. Mit Option kann der Vertrag noch um ein Jahr verlängert werden. Am Freitagabend gegen Hoffenheim dürfte Dyer dann schon zum Mannschaftskader gehören. Bei den Bayern sta andet. Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020